... aus Rachtburg, Schmalegg für die Spende der Geld- und Ehrenpreise. Wir haben die erste Starterin schon in der Bahn, insgesamt haben sich 17 Starterfahre eingetragen. Es ist die 318 Papito van Erdbekom vorgestellt von Stefanie Paul für den RFV Althusried. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Fehlerfrei jedoch notieren wir einen Strafpunkt für Zeitüberschreitung in 75,73 Sekunden